Natürlich schon das Video geliked, bevor es losgeht. Ja, okay, fangen wir mal an. Yeah, yeah, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Aufbau-Kanal, Leute, Freunde, heute spielen wir gar nichts, weil wir reacten, Leute, wir reacten heute auf hungriger Hugo, wurde übelst oft von euch in die Kommentare geschrieben, so ein Ding ist das, aber genau das Video findet ihr ganz, ganz oben, Leute, und ich wollte mich noch mal ganz kurz bedanken für die krasse Rezision letzter Zeit, aber ich laber wieder zu viel, Digga, wir gehen in das Video. Okay, das ist ja wie bei mir auf dem Kanal, okay, bin ich mal gespannt, bitte folgen, okay, Maybe next time, du Ruhrensohn. Boah, krass gemacht aber, Digga. War Fast and the Furious, oder? Ich hab, ich hab, ich hab Real Talk noch nie Fast and the Furious-Film geguckt. Boah, er war Fat Dings, oder was? War gut. Wir stellen mir halt vor, wie Jensen seiner Jugend zur Bundeswehr gehen musste, Alter. Ich musste nicht neun Kilo Übergewicht, Body Mass Index hat nicht gepasst. Tier! Wurde ausgemustert. Wie wird ein Paddelboot noch genannt? Kojak, Kajak oder Anorak? Kajak. Josefine, wie nennt man Paddelboot? Soll ich zu dir fliegen? Ja. E-Sport-Appleys mit. Du kannst ja an ein Loadout und dir Geistklasse holen. Boah, E-Sport-Zegger. Marcel! Ja, ich kann, ich kann, ich kann. Ich hab das auch nicht gesehen. Manchmal frage ich mich, macht Knustik das mit echt extra, Digga? Oder ist der so, also, ja. Trimax ist einmal nicht der Loster. Kann man richtig schön einfach den Knopf zumachen und dann sich morgens wie auf so einem Brunnen oder so einfach das Gesicht waschen. Das ist ultimativ krass. Sowas ist halt einfach ein Stöpsel. What the fuck? Ein Waschbecken, ein Stöpsel rein, hast du im Brunnen. Okay. Ich habe damals dem schüchternen, komischen Mädchen vom Gunnasium einen Korb gegeben. Das ist sie heute. Okay. Okay. Fragen wir jetzt die schon mal, Folge 100. Deutschland. Ja, ganz nicht. England. Malawi, Digga. Digga, ich weiß es auch nicht. Hey, warum ist alles so lost? By the way, wir haben gestern auch auf dem Flaggenvideo reagiert. Checkt's ab. Ich mache mal so, ne, irgendwie. Doch, es gibt eine Hoffnungsschämme. Walkout, ein Walkout, Alter, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Brasilien. Oha. Es ist Zeit für den Comebacker. Comebacker, wo bist du? Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin hier. Ich bin hier. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Real Talk, Digga. Real Talk Mario, Digga. Und 2021 auch. Was war seine Mission, Bro? Hä? Äh. Jetzt muss ich, äh, nochmal starten. Jetzt müsste ich ihn hören. Jetzt höre ich ihn. Perfekt. Ah, geil, Digga. Ah, ist das geil, Digga. Warte, mich? Hallo? Ey, meine Freundin, wenn sie eine Spinne an der Decke sieht. Ah, ah, ich hab mich so vertrotten. Wie kommt die da hoch? Was spielt der da, Digga? Einfach Zahn verloren, haha. Sie hat einfach einen Zahn verloren, Digga. Ich gestehe meinem Crush, dass ich Gefühle habe. Mein Crush? Ja. Okay. Cool Story, Bro. Findest du Stromberg? Boah. Die Serie? Mhm. Find ich aber überhaupt nicht witzig. Nee, ich auch nicht. Ah, er hat so gesagt, so, ja, hauptsächlich, hauptsächlich Gefall hier. Ah, ihr Pfeifett. Amerika, wir haben die besten FIFA-Spieler. Oh. 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 Ha. Barstack. Für alle die Personen, die ich kenne jetzt gerade, der gesprochen hat, weil er über 50 ist, das war Stefan Raab. Ha, ha, ha. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Halt ihn hochgelaufen. Aua, Digga, das. Aua. Er fällt mit Fahrrad auf Autobahn. Das ist aber Autobahn. Du musst runter wieder, sonst gibt's Ärger. Du fällst das über den Zorn am besten. Ach, ha, ha, ha. Hä, dreht er einfach rum? Ich musste schon einen Schwangerschaftstest kaufen für meine, weiß ich nicht, 13-jährige Freundin. Fahrprüfung mit Inscope. Oh mein Gott. Hä, war das gerade real, Leute? Niemand. Meine Freundin im Ranked. Oh. Und ihr spielt Rocket League? Ach, Werbevideo. Aha. Unser Tor. So, this happened at the bank. Also, das passierte in der Bank. What is your name? What is your name? Ezekiel. F*** you, Ezekiel. What's your name? Tony. Thank you, Tony. Hä, das waren doch Kollegen, Digga. Hä, warum, wie war ein bisschen... Digga, ich dachte für den Moment, ich bin diese Frau da, weil die auch so ein T-Shirt anhat. Junge. Das war ein Junge. Wahrscheinlich, Digga. Aufpassen, nein. Wie? Aufpassen. Nein. Ich hab sechs Jahre kamen Sport. Ich weiß durchaus, wie man trainiert. Drachenlord. Drachenlord. Mann, Alter, jetzt hab ich mir voll die Ferse angehaut, als ich aufgezogen hab am Tisch. Bro. Moin, mein halbier. Äh? What? Nein. Ehrenhund, Digga. Ich schwöre, Ehrenhund. Tiere imitieren mit Hopperplatte. Das ist ein Pferd. Das kleine Pferd ist unser Freund, unser Freund. Das ist ein Affe. Der kleine Affe ist mein Freund, ist mein Freund. Guck mal, eine Katze. Das Ding ist halt, meine Katzen laufen ungefähr so hier, mein Mann. Du weißt es so. Guck, die Katze, tranz allein, tranz, tranz, tranz auf deinem Bein. Jakob, danke für den Zehner. Ich glaub, das hat mich grad echt verstört, Digga. Also, Real Talk. Bam. So. Und jetzt müssen wir die antäuschen, Sandy. Was haben wir jetzt für eine Ausrede? Schreib einfach Pöppel. Pöppel? Ja. Pöppel. Ja, Pöppel! Geil. Okay. USA are hot, but have you ever seen German YouTuber? Oh, shit. Oh. Ah. Das hab ich auf Instagram schon gesehen. Äh. Was? Genie, Digga. Genie, der Typ. Ich denk, that's it. Is it? Maybe? Perfect. Yes! Er hat die Postleitzahl von seinem Ort hier tätowiert gehabt, Alter. Solche Leute dann direkt, direkt weggehen. Oh, der hat sich zum Gesicht tätowiert, Digga. Oh, man. Hey! Hi! Warum sagt er das, wenn er selbst komisch findet? Hi, wer ist das? Ich bin's. Maxi. Moin. Alan Musk ist der, 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 der reicher ist als Jeff. Äh, in, äh, Jeff who? Oh, der ist Lena Rhodes. Sie war die krasseste, ähm, zu meiner Zeit. Sie ist heute geschaut. Oh, bro. Bro. Wenn ich meine Freunde wegen Corona nicht sehe. Hammer. Ich würd's auch können. Ah, der war draußen, du Spaß. Oha, wohin? Äh, Hammer gut, Digga. Oha, Digga. Oha. Oha. Freunde, ich würd sagen, schreibt gerne in die Kommentare wieder. Was ihr als nächstes sehen wollt, Leute. Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Lasst Liebe da. Yeah.